Naja, der rennt oben auf der Dings rum. Headshot tot. Einer ist im Hof, einer ist im Hof. Bei dem zweiten Gitter. Oh ja. Also ich möchte jetzt nicht böse sein, aber du hast mich so ein bisschen geblockt. Ja, es war vielleicht jetzt nicht ganz so optimal. Ich habe hier irgendwie das Bedürfnis mal ganz weit weg zu gehen. Verdammt. Oh Gott, ey. Wo ist sie raus? Nein! Nein! Oh nein! War das wild, ey! Alter! Oh mein Gott, ey! Okay! Ich möchte nicht raus, Jan, glaube ich. Hit! Könnte auch der Bosswesen sein. Einer weniger. Oh! Der Zweiter ist neben mir. Oh shit! Oh fuck! Okay! Oh! Ach du! Oh! Ey, jetzt knutsch mich nicht hier. Ich habe gerade schon gebrannt. Ja, ich auch. Ach komm mal, ey! Ach! 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 und schwitzer hier hinter neues team der war jetzt das dritte mal down ich habe also nichts mehr an healstuff jetzt es ist so furchtbar, dass man nicht mitmachen kann so furchtbar ist das um pinzer hab ihn eingekillt schön hier direkt hinter dem haus hier direkt hinter dem haus ja da und einer ist bei Barty da drüben ist auch noch einer und einer Richtung 2,70 hat nen hit ist tot nur noch der eine bei Barty ah, hängt es ein ah, hab ich ist tot Gott sei dank holy shit wir sind hier hier ist nix mehr schade 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 so ist das so ist das wer wer da feuerwehr 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 Das ist eine Runde. Hol das.